Laut ein Dreifach, Friedberg, Helau! Friedberg, Helau! Polizei, Helau! Vielen Dank für eure Mitarbeit! Ausbürtige Nahtheran gehört es gut die Trauner und Flicker vom Phantasmus-Spieler. Damit bei denen die Jugendherren publikalisch laufen, macht ihr ein erfolgreiches Crowdfunding in den Kesselbauke. Ich rate euch, stellt die Paukofenwagen ganz ohne Stress. Wenn ihr die nächsten Jahre verbringt, dann werdet ihr eure Nachlängstrennen. Sipp von Fahrtanzug ein Dreifach-Donnerlitz, Friedberg, Helau! Von Fahrtanzug, Helau! Friedberg, Helau! Ihr seht radios aus! Vielen Dank, dass ihr dabei seid! Viel Spaß noch! Und als nächstes der Motivwarko unseres neuen Bürgermeisters. Im letzten Jahr, Herr Kellers Motto war im Cadillac, obwohl er noch elf Monate zur Arbeit erhält. Ich bin dann mal weg. Nun begrüßt mit mir den neuen Bürgermeister dieser Stadt zur Einschulung 2018. Willkommen und Helau! Dirk, an Kobiak! Der neue Bürgermeister, der Start mit dem Adolfsturm, will endlich wieder eine richtige Party im Rathaussturm. Der Einschulung ist gelungen und was meint ihr hier um den Gast? Ich werde nächstes Jahr da sein und ich hoffe, das macht ihr auch. Denn dann begrüßen wir gemeinsam einen schönen, neuen, närrischen Brauch. Und hier ist auch unser Norbert Zimmer, der Zuckmarschall. Willkommen, Norbert! Unser Zuckmarschall, ein dreifach donnerndes Friedberg. Helau! Friedberg! Helau! Zuckmarschall! Helau! Und hier kommt ja unser neuer Bürgermeister, ein Narr wie er im Hufen steht, durch und durch, ein Machenherz. Wir freuen uns sehr. Herzlich Willkommen, hallo Dirk! Unser Bürgermeister, ein dreifach donnerndes Friedberg! Helau! Friedberg! Helau! Bürgermeister! Helau! Bist du frisch eingeschmolten, hallo Dirk! Und hier kommt ein Zustand der Jugend 30 Jahre Lollipop. Es folgt die Jugend des Rock-Roll-Clubs Lollipop. Seit viele Jahren sind sie hier dabei, noch immer. Heizt uns ein und kann es mit so, der Prothese, mit dem Händen, alle Jungs! Hallo! Läuft alles gut, hier? Und hier kommt die Lollipop, die Kanzel in Osbach schon seit 30 Jahren. Und um zum Jubiläum präsentieren wir sich mit einer neuen ingenartigen приложen. Kommt die Menschen bei euch, dass es das 4.6.9 Solar hat. Können er aufnommen. Feuern 우리는 Danke an dich und deine Leute! Auf geht's! Ganz wieder Rock'n'Roll und steigt was ihr könnt heute! Dem großen Rock'n'Roll Club vielen der Wetter auf! Ein dreifach donnernden Friedberg! Hellau! Lollipop! Hellau! Friedberg! Hellau! Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid! Ihr seht wundervoll aus! Das war die Fußgruppe Elvis Presley, ist das richtig? Oder gehört jetzt ein Lollipop dazu? Okay! Hier sind die Schwellkorb, reißen sie raus, ihr braucht es nicht! Da kommen sie in die große Wicht! Ein Schwellkorb ist doch weit und breit! Ein bester Freund zur Narrenzeit! Willkommen! Seid ihr die Elvis Presley-Truppe, die jetzt kommt? Steht hier wieder an, Herster! Am 24. März wird gefeiert im Bürgerhaus Augstatt, ist das richtig? Ja! Okay, mit Live-Musik und Buffet! Ihr werdet also sagen, im August steigt dann wieder das Elvis Presley-Wochenende mit viel Musik auf dem Wetterau-Museumsgelände! Im August laden sie euch dazu ein! Gerufen sind die Damen, Lebens und weitere Musiker vom Verein! Dem Elvis Presley-Verein! Ein großes, donnerndes Friedberg! Hello! Elvis Presley-Verein! Hello! Friedberg! Hello! Vielen Dank, dass ihr dabei seid! Und da kommen als nächstes die Red Angels! Das Motto der Red Angels ist, ob Mexikaner oder Venezianer, ob Teufel oder nordamerikanische Indianer, wir feiern heute, das ist doch klar, die Fasenacht in jedem Jahr! Es folgen dort die Phoebe's, eine tolle Gruppe! Das ist die jüngste Chili der Gruppe! Und schaut, was die schon tanzen zu Musik, das macht Spaß! Das ist der Hit! Unsere Red Angels, ein dreifach sonnendes Friedberg! Hello! Red Angels! Hello! Friedberg! Hello! Hello! Willkommen! Schaut zu und spendet laut Applaus, es folgen die Cheerleader Juniors! Dem Cheerleading Team aus der Wetterau, ein dreifach sonnendes Red Angels! Hello! Friedberg! Hello! Red Angels! Hello! Es ist schön, dass ihr dabei seid! Ihr seht wundervoll aus! Dann zeigt mal, was ihr könnt! Und auf dem Cheerleader Senior ein einfach donnerndes Friedberg! Genau! Cheerleader! Hello! Red Angels! Hello! Red Angels! Hello! Habt einen schönen Zoom und passt auf euch aus! Hallo! Hello! 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 Als nächstes, das Oli und Männerballett hat den Umzug tag renoviert. Jetzt ist auch ein altersgerechter Einstieg in eine Treppe garantiert. Das Oli und Männerballett verkleidet! Hello! An die Sitzung wurde ihre Jugendliche mit eurer Körperbeherrschung beneidet. Das Oli-Ballett, was ihr heute noch als Klaus tanzen seht! Wir müssen einfach nach dem Zug zur Musik und tanzen ins Albert-Stormhaus geht! Und besonders viele Wobons, ihr wisst genau, bekommt ihr, wenn ihr einfach im Streit steht, in einem halben Sonnendes! Friedberg! Hello! Schwarzen Sieben! Hello! Friedberg! Hello! Willkommen! Ihr seht wundervoll aus! Und dahinter die Garde der Schwarzen Sieben. Es folgt, trainiert von Laura Langer und Carolin Größmann. Die Garde der Schwarzen Sieben streitet nun voran. Der Garde der KV Schwarzen Sieben rufen ihr zu, ihr wisst genau, ein Dreifahrt sonnendes! Schwarzen Sieben! Hello! Friedberg! Hello! Schwarzen Sieben! Hello! Hello! Dann hinter die Fußgruppe des Showtanzes. Ab Regie, jetzt warten sie auf das herrische Parkett. Zum Ende jeder Sitzung, das folgende Schwarzen Sieben. Showballett! Die Stimmung wurde und es war richtig heiß. Trainiert wurde sie von Wieser, Stranghüller und Florian Weiß. Den Showballett, eins einfach donnerndes! Friedberg! Hello! Schwarzen Sieben! Hello! Friedberg! Hello! Willkommen! Und ebenfalls den Wagen renoviert hat, wie ich sehe, das Schwarze Sieben-Komitee. Auf der Sitzung sind die Tiefmann-Tänze, fünf Reden und Maritain. Eine nur zwei Linie unterholen, zusammen zwei Jahre, als Highlight auch dabei. Prüfen wir die Sitzung, Präsidentin Stefan Kraus und Markus Bach. Macht jetzt Remi-Demmi und viel Kraft! Den Schwarzen Sieben hier in der Wende auch. Alle drei vom Donnern ist. Friedberg! Hello! Schwarzen Sieben! Hello! Karneval! Hello! Willkommen! In Karneval! Willkommen! Hallo! whip it upő oxidWagen Aujourd' different Ich bin richtig. Heute können Sie auch, das haben Sie bei der Tatsache bewiesen. Auf dem Endball-Fach, dessen Inhalter die Musiker anschließend genieße. Denn auf Ebby-Wall schnell wieder schlafen, auch statt gibt es immer einen Kuhnentropel. Wir tun die Fußballer-Fuhrie mit viel Zeit auf. Wenn man vergangen ist. All right. Hello. Riebe. Hello. Und Riebe. Hello. Vielen Dank. Und jetzt noch ein Berg auf die Menschenfammerkurs von der Kopfstelle. Keine Ahnung. Nein. Doch. Okay. 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 Genau. Heute? Oh, der Musikgefächtnis ist eine tolle Sache. Ein Hanspelt für den Julia-Sedsetz der Freisad. Vielen Dank. Hello, auf jab! Hello, heute muss. Hello! Schönen S演kriter! Schön, dass ihr dabei seid! Ja! Zum ersten Mal beim Lachenexpress versuche ich hier die neue Fußgruppe, hier sehen Sie hier. Kommt doch ohne Folgen, ich muss nur mit die Gruppe, ich wünsche mich gern, das hat mit meinem Namen, mit dem Kissen zu tun. Ach egal, ich mache jetzt für euch das Landfest, das ist doch klar. Also ruft zu, der Nachschar, ein, drei, fünf, komm, das ist Friedberg, Helao, Friedberg, Helao, Friedberg. Friedberg, Friedberg. Friedberg, Friedberg. Hallo! 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 Willkommen! F**k! Flutzerk! Räber sein! Hallo! flows from the country Not bodies Good ones Gumthers How is it doing? Dismar removed We backs The other circle And all the 46 B Watak Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! Hei, aufruf! Hei, komm her! Hei, hooo! Hei, hooo! Hei, hooo! Hei, hooo! Hei, hooo! Hei, hooo! Oh, wie es mir schön So was hab' mal lang nicht gesehen So schön So schön Hei, hooo! Hei, hooo! Oh, wie es mir schön So was hab' mal lang nicht gesehen So schön So schön Die Motto gefühlt sich Hitler der Fußweiche! Hei, hooo! Oh, was hab' mal lang nicht gesehen So die Motto gefühlt sich Es ist ein Kino, jetzt. Ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Ich muss nicht warten, vor der Wegen. Wir haben nicht sein. Wir sind wieder mittelend. Und da muss ich ein Treffer von der Spitze. Genau. Alles zu bringen. Genau. Fälle am Zug. Genau. 1. 3. 7. 8. 10. 11. 18. 11. 14. 14. 12. Bist du jeden Bühnen, musst du nur fragen, weil alle sagen, bin ungeschlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen! 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 Musik 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 Die Serie ist hier als Freunde und als Bauchmaß, da die Hälfte gekauft haben. Das sind die Jüngste von Johannes Nachwuchs. An den Namen erkennt ihr schon, es ist eine sichere Wette. Es nahe an der Hand die Jürgenheimer Wetterfrösche. Über 50 aktive Kinder und Jugendliche im Verein, das ist nicht über zu müssen. Weil Wetterfrösche die Jugendarbeit groß ist. Der ganzen Schnee, Blocke, Winter, das war das Motto ist von Kavitzen. Der 10-jährige Jugendkanzgruppe, die Wettermichse. Die kleinen Nächsten werden natürlich stets beim Aufschluss unterstützt. Von ihrer Trainerin Anja Schutt und dieser Kuschelt. Die Abbauchmaßdauern, ein drei vergonnendes Friedberg. Helau, Gormheim, Helau, Wetterfrösche. Genau, es war eine wundervolle Sitzung für euch. Vielen Dank, besonders für eure Sitzung. Vielen Dank, besonders für eure Sitzung. Vielen Dank, besonders für eure Sitzung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.